Wir brauchen Menschen. Wir brauchen Menschen voll Kraft und Mut, Menschen geläutert in heiliger Glut, trotzig wie Helden in Kampf und Streit, still und geduldig in Not und Leid. Wir brauchen Menschen wie Bergluft klar, die bis ins Innerste treu und wahr. Menschen, in deren Augen das Licht des offenen Himmels sich strahlend bricht. Wir brauchen Menschen, an Gott gebunden, die unter dem Kreuz sich selbst überwunden. Sonnenmenschen, die uns wortlos segnen, in deren Wesen wir Gott begegnen. Wir brauchen Menschen von großem Leben, in tiefster Demut zum Dienst getrieben. Menschen, die glaubend alles wagen, betende Menschen von Gott getragen. Wo sind die Menschen, höre ich dich fragen. Nun, Seele, lass dir dies eine sagen. Nur einer wollte vollkommen auf Erden und alle anderen sind noch im Werden. Blick nicht um dich, sondern in dich hinein. Du selbst sollst einer von denen sein, die in den Quellen des Lebens sich tauchen, ein Mensch zu werden, wie wir ihn brauchen.